Herzlich willkommen bei Testautomatisierung, gewusst wie. Dieser Kanal befasst sich rund um das Thema Testautomatisierung von Software-Tests. Der Fokus dieses Kanals liegt auf Selenium WebDriver mit der Programmierersprache Yerba. Wir werden uns aber auch mit anderen Themen aus dem Bereich der Testautomatisierung befassen, wie zum Beispiel Konzepte, aber auch andere Testwerkzeuge. An wen richtet sich dieser Kanal? Dieser Kanal richtet sich an manuelle Tester, die sich in der Testautomatisierung weiterbilden wollen, die erste Erfahrungen sammeln wollen in der Testautomatisierung. Gerade jetzt in der Zeit, in der in Projekten immer mehr die agile Philosophie eingesetzt wird und es interdisziplinäre Teams gibt und die Testautomatisierung in einen größeren Fokus gerückt ist. Aber auch an Programmierer, die das gleiche haben mit den interdisziplinären Teams in agilen Projekten und die auch sehr gefragt sind für den Bereich der Testautomatisierung. Dieser Kanal richtet sich aber auch an jeden, der sich für die Testautomatisierung im Generellen interessiert. Die erste Serie, die auch wirklich die Kanalserie ist, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, heißt Selenium Webdriver vom Anfänger zum Profi. Als erstes befassen wir uns intensiv mit Selenium Webdriver. Wir lernen kennen, wie wir Selenium Webdriver mit Eclipse konfigurieren, wie wir einzelne Web-Elemente identifizieren, mit den Web-Elementen mit Aktionen ausführen und noch vieles mehr. Dann befassen wir uns mit TestNG, was ein Unit-Framework ist, um Tests auszuführen. Wir gucken uns aber auch Maven, Log4J an, aber auch Reports, die sehr wichtig sind, um auf die einzelnen Bedürfnisse angepasst zu werden. Wie wir das machen, lernen wir auch können. Sobald wir einzelne Tools und APIs kennengelernt haben, widmen wir uns den Frameworks. Das heißt, wir bauen ein Data-Driven-Testing-Framework auf, aber auch ein Keyword-Driven-Testing-Framework, als auch ein Hybrid-Framework. Und was nicht fehlen darf, ist eine Continuous Integration, um alles dann automatisiert zu bilden, zu testen und zu deployen. Dazu finden wir Jetkins. Das ist erstmal ein kleiner Anblick. Das wird alles noch weiter wachsen und wir werden noch einiges mehr kennenlernen, gerade in der Serie. Und ich freue mich schon drauf und hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, eure Testautomatisierung gewusst wie.